Ja, jetzt wollen wir nochmal über den Redaktionsablauf sprechen. Das heißt, am Anfang mache ich das und dann übernimmt Laura für eine Praxisübung, weil wir wollen ja nicht nur in der Theorie mit euch über Redaktion reden, sondern tatsächlich auch ein kleines Projekt mal durchspielen, wo wir so tun, als wären wir ein Kirchenkreis oder ein Team und wollen zusammen ein Projekt machen. Wenn wir Social Media Redaktionen machen, jetzt erstmal unabhängig davon, welche Kanäle wir bespielen, ist meine Erfahrung, es hilft ungemein, wenn man sich vorher ein Konzept macht. Wenn man es alleine macht, setz dich alleine mal hin und denk mal die Zeiten durch. Besser aber, wenn ihr vielleicht zu zweit, zu dritt mal so das Jahr durchdenkt. Vielleicht gibt es jemanden Ehrenamtlichen, vielleicht gibt es irgendjemanden aus dem Team, der Lust hat, in die Richtung mitzudenken, auch wenn die Person dann nicht in der Ausführung mit dabei sein wird. Aber wichtig, denkt gemeinsam die Themen durch. Und ich finde wirklich, es lohnt sich, einen Jahresplan zu machen. Ob man damit im Sommer anfängt, im Herbst zum Kirchenjahresstart oder zum 1. Januar, ist dabei zweitrangig. Aber denkt mal ein Jahr im Voraus durch. Was wird für mein Konzept passieren? Zum Beispiel, wo sind Termine im Kirchenjahr? Ostern wird für viele was Besonderes sein. Weihnachten, vielleicht auch Erntedank und Reformationstag. Das sind so Highlights. Vielleicht im Sommer irgendein Sommerfest, was ihr eingeplant habt, irgendein Kirchenjubiläum. Konfirmation, Taufe, Ordination, irgendwelche Themen, die bei euch dran sind. Das sind Dinge, die kann man ein Jahr vorher planen, aber auch zum Beispiel Urlaubsplanung. Wann bin ich im Urlaub? In der Zeit, okay, man kann aus dem Urlaub posten, aber in der Zeit solltet ihr frei haben. In der Zeit solltet ihr nicht verantwortlich sein. Das kann auf der einen Seite bedeuten, ihr braucht Vertretung. Vielleicht gibt es jemanden, den ihr vorher eingearbeitet habt, der dann in der Urlaubszeit für euch übernimmt. Oder ihr habt ein Team, wo ihr sagt, das und das habe ich vorher inhaltlich vorbereitet. Ich sage jetzt mal, die Pfarrperson, die jede Woche einen geistlichen Impuls in Social Media postet. Die kann vorher drei geistliche Impulse geschrieben haben, die dann irgendjemand postet und mit dem Feedback umgeht. Wir kommen gleich noch zu Redaktionstools, wie man sowas auch technisch vorplanen kann. Aber spätestens, wenn es darum geht, mit Kommentaren umzugehen, sollte immer eine Person greifbar sein, die gerade Verantwortung hat. Wenn ihr die Jahresplanung gemacht habt, habt ihr vielleicht auch schon Frühling, Sommer, Herbst und Winter eingeplant. Wann ist die Fußball-EM dieses Jahr im Sommer, nächstes Jahr die WM als Winter im Juni. Das sind ja auch so Highlights, wo absehbar ist. Das ist für die Gesellschaft dran. Ferienzeiten sind oft ein ganz spannendes Thema. Oder das, was eure Kirchengemeinde interessieren wird. Vielleicht habt ihr das Stadtfest immer am zweiten Wochenende im Juli. Dann macht auch das zu eurem Social-Media-Thema. Weil ihr seid als Kirche ja in dem Moment da angeschlossen. Oder die Landesgartenschau oder was auch immer für ein Festival bei euch in der Nähe ist. Also macht einen Jahresplan, dann wisst ihr ungefähr, wann was dran ist. Und wenn ihr dann selber Highlights setzt, wenn ihr sagt, wir wollen noch eine Kampagne machen, dann macht ihr die da, wo sonst keine Highlights sind. Weil wenn schon drei Highlights im Mai sind, bringt es nichts, dass ihr jetzt noch ein Social-Media-Highlight kreiert. Das wäre Stress für euch und würde neben den anderen Highlights untergehen. Wenn ihr aber sagt, wir haben jeden Monat ein Highlight, außer im September, dann überlegt mal, was könnten wir machen. September nach dem Urlaub in der Neustartphase. Irgendwie Vorstellungen der neuen Konfirmanten oder des Kirchenchors, der sich endlich wieder treffen kann. Oder ihr fragt nach Urlaubsfotos und postet regelmäßig Fotos, die eure Gemeindemenschen euch geschickt haben. Das könnten so Aktionen sein, die ihr in der Jahresplanung schon mit einbezieht. Wenn ihr dann in einem Jahresplan drin seid, rate ich euch, setzt euch als Team einmal im Monat zusammen. Das kann digital sein, also in der EKM, wenn wir landeskirchliche Redaktionsarbeit machen, dann haben wir ein Team-Meeting einfach einmal im Monat, wo wir uns eine Stunde zusammensetzen. Wir gehen den nächsten Monat durch und wir sagen dann, hey, an dem Termin ist das, hier hat die Evangelische Jugend was, hier hat der Kirchenkreis so und so uns eine Info gegeben, da wird was kommen. Hier ist die Akademie, die macht was, hier ist Kirchentag, hier ist, hast du nicht gesehen. Und dann haben wir eigene Formate, die zum Beispiel trotzdem verbunden. Die Abendandacht mit dem Landesbischof, die immer mittwochs um 18 Uhr kommt. Die steht da stoisch drin, die wird jeden Mittwoch kommen. Oder geschüttelt und gerührt, das tagesaktuelle Format des Landesbischofs. Alle zwei Wochen, Freitag, Mittag. Das ist etwas, das kann man langfristig einplanen, wenn man weiß, es wird so bespielt werden. Und im Monatsplan würde man dann auch überlegen, was steht an und wer kümmert sich drum. Also wer ist jetzt da, wenn ihr im Team seid, eine hauptamtliche Person, zwei Ehrenamtliche zum Beispiel. Erstmal überlegen, wo haben die Ehrenamtlichen Zeit, wo haben sie Lust, wo kann man sie hinschicken, wo sind die vielleicht sowieso zu Hause. Oder wo hat man nicht jemanden im Team, aber jemanden, der Kooperationspartner ist. Wenn ich zum Beispiel weiß, da ist irgendetwas in Halle, dann muss ich als Mensch aus Erfurt nicht nach Halle fahren, sondern dann frage ich, wer ist Öffentlichkeitsbeauftragter in Halle? Wilker Issamann oder Thorsten Bau? Ich verwechsel immer mehr von den beiden. Wo ist Thorsten Bau? Thorsten Bau in dem Fall. Aber auf jeden Fall, den könnte ich anhauen und könnte sagen, hier, wie schaut's aus? Habt ihr da jemanden, der ein Foto schicken kann? Und dann bekomme ich ein Foto an dem Termin, nach Absprache. Kann man vorher überlegen, was für ein Motiv, wie soll's aufgebaut sein, für welchen Kanal, für welches Format. Und kann das einen Monat vorher schon einplanen. Da hat man dann auch Zeit, wenn Thorsten sagt, nee, kann ich nicht, bin ich nicht da, aber Peter Müller ist da. Dann kann man sagen, okay, ich hab noch ein paar Tage, um das zu koordinieren. Also Jahresplan, Monatsplan und dann tatsächlich ganz konkret würde ich sagen, guckt am Montagmorgen oder wann auch immer nochmal drüber, was davon hat geklappt, was hat nicht geklappt. Also auf der einen Seite ein bisschen Feedback, mal gucken, wo ist was schiefgegangen, wo hat ein Post nicht funktioniert, um einfach da auch zu evaluieren, weiterzukommen. Und auf der anderen Seite dann auch wirklich zu gucken, wir haben's aufgeteilt, aber die Ehrenamtlichen haben's nicht geschafft oder da ist was untergegangen. Dann ist es manchmal gut zu sagen, wir wollen an der Stelle tatsächlich nochmal nachbessern oder hier improvisieren nochmal reinkommen. Und jetzt habe ich euch noch eine Sache mitgebracht, die ich euch in den Chat stelle. Moment. Schon gestellt hast? Nee, also das, was ich eben in den Chat gestellt habe, das ist das Template für den Redaktionsplan, da kommen wir gleich drauf, aber die Reihenfolge habe ich ein bisschen verhunzt. Ich habe jetzt noch einen Redaktionsplan für eine fiktive Ortsgemeinde. Das habe ich für ein anderes Seminar mal erarbeitet und vielleicht hilft euch das. Dafür habe ich es euch einfach mal an die Wand, äh, in den Chat gestellt. Müsste jetzt durch sein. Und, achso, genau. Ich bin wieder irritiert. Genau, eine Folie habe ich noch vergessen, gehe ich noch kurz durch, bevor wir dann gleich zu dem Dokument kommen. Wenn ihr einen Redaktionsplan macht, dann überlegt euch, was ist eure Kernaussage, was habt ihr mitzuteilen und wer ist eure Zielgruppe, wen wollt ihr erreichen. Diese zwei Fragen, die beeinflussen sehr stark den Stil, die Sprache und den Inhalt von dem, was ihr kommuniziert. Ganz egal, welche Medien ihr am Ende benutzt. Dann haben wir eben schon gesagt, macht einen Jahresplan, einen Monatsplan, tragt euch Fixtermine ein, den Jahreskreis, allgemeine Themen. Und mein Tipp wäre, das kommt aus der Facebook-Zeit, kann man für Instagram und andere Netzwerke noch mal ein bisschen anpassen, aber zweimal täglich etwas zu posten, zweimal wöchentlich wäre so ein Minimalwert, einfach um im Rahmen eurer Möglichkeiten bei den Leuten aktiv zu bleiben. Und wenn ihr was postet, ist eine Sache, morgens früh etwas zu posten, wenn die Leute aufstehen. So einen guten Morgenpost und so einen Feierabendpost, wenn die Leute aus dem Büro kommen. Das ist auf der einen Seite hilfreich, um die Leute in ihrem Alltag zu verschiedenen Zeiten zu erreichen, bei ihnen in der Timeline oben zu bleiben und auf der anderen Seite vielleicht für euch ganz gut machbar, dass ihr morgens, wenn ihr anfangt, einen Post absendet, dass ihr nachmittags, bevor ihr Feierabend macht, einen Post absendet. Man muss natürlich dann einplanen, dass vielleicht jemand antwortet, dass man dann nicht Feierabend hat, sondern nochmal zumindest am Handy erreichbar sein muss. Und warum man morgens um sechs nicht im Büro sein muss, um morgens um sechs zu posten, da kommen wir gleich zu. Vielstimmigkeit finde ich noch wichtig, dass einfach verschiedene Menschen zu Wort kommen können. Also selbst wenn ihr eine hauptamtliche Person seid, müsst ihr nicht alles selbst posten, sondern könnt einfach auch Leute zu Wort kommen lassen. Und das haben wir eben schon gesagt, teilt das, was andere machen. Ihr müsst nicht alleine Social Media machen. Teilt euch gegenseitig, liked euch gegenseitig, kommentiert, cross-posting. Sorgt dafür, dass ihr im Algorithmus als wertvoll wahrgenommen werdet. Und jetzt, die schon angekündigte Tabelle ist an der Wand wahrscheinlich sehr klein. Aber wenn ihr sie als PDF habt, könnt ihr sie nicht vergrößern, wie ihr braucht. Da möchte ich einfach nur mal kurz drauf eingehen, das ist jetzt tatsächlich eine fiktive Gemeinde. Die sagt, wir feiern jeden Sonntag einen Gottesdienst und wir wollen aktiv Social Media machen, haben aber eigentlich gar keine Zeit, um das aktiv zu bespielen. Dann wäre mein Tipp, baut um euren Gottesdienst und um euer Gemeindeleben, was sowieso läuft, eure Posts auf. Zum Beispiel könnte man sagen, okay, das war aus der Corona-Zeit, wo man sich für den Gottesdienst anmelden musste, da könnte man Samstag einen Post machen, ich möchte mich anmelden für den Gottesdienst. Das geht natürlich auch ohne Anmeldung, aber da fehlt dieser Tückerpoint, dann könnt ihr euch was anderes überlegen. Was ist das Highlight, haben wir vorhin schon mal überlegt. Dann hat man vielleicht sonntags einen Livestream, das haben manche in der Pandemie angefangen. Warum nicht den Livestream mit einfachen Mitteln weiterlaufen lassen, für die Leute, die nicht in den Gottesdienst kommen können. Das wäre die Möglichkeit, das Gemeindeleben zu erweitern. Ob das für euch dran ist, ist eine andere Frage, aber damit hätte man Website und YouTube direkt am Sonntag bespielt. Man könnte auch einen Link davon dann in Facebook teilen, man könnte mit einer Story den Gottesdienst begleiten, zum Beispiel hier sind wir beim Aufbau, beim Soundcheck, beim Dekorieren. Um mit ein bisschen Vorlauf die Leute zu motivieren, in eure Gemeinde zu kommen. Man könnte, wenn der Gottesdienst hinterher auch live sichtbar ist, das natürlich auch später nochmal erinnern. Auch montags zum Beispiel, Outtakes vom Gottesdienst. So schön war es bei uns zu sein. Hier nochmal ein Highlight aus der Predigt. Vielleicht habt ihr was aufgenommen aus der Predigt, vielleicht habt ihr ein Foto. Ich bin in einer Gemeinde in Erfurt, wo wir die Prediger nach dem Gottesdienst kurz mit einem Handy im Hochkant-Format fragen, was waren die Highlights aus deiner Predigt. Und dann erzählen die in einer Minute nochmal eine Mini-Zusammenfassung, die wir dann als Story auf Instagram teilen können. Oder in einem Video-Format, wo wir sagen, da kann Montag oder Dienstag in Erinnerung kommen mit dem Hinweis, die gesamte Predigt findet ihr online. Das heißt, die Website bleibt das Zentrum, wo alle Inhalte zu finden sind. Und über Facebook, über Instagram, über YouTube werden verschiedene Medien angeboten, die dann da findbar sind. Am Mittwoch oder am Donnerstag könnte man zum Beispiel einen regelmäßigen Gemeinden-Newsletter verschicken, wo man sagt, wir haben Artikel auf der Website. Wir haben eben schon das Greystyle-Nutmin-Studio-System angeboten oder angepriesen, wo man wunderbar sagen könnte, ihr habt 5, 6 Artikel auf eurer Website im Konzept, die per Knopfdruck automatisiert zu einem Newsletter werden. Da macht man kaum Arbeit. Also eine halbe Stunde Arbeit für den Newsletter mit allem Drum und Dran. und zwischendurch noch mal ein bisschen Arbeit für die Artikel, die man erstellt, weil man sie sowieso als Textbausteine braucht. Und dann seid ihr relativ schnell fertig. Drumherum habe ich noch einiges vom Gemeindeleben positioniert, dass man überlegt, wo haben wir vielleicht Wochentermine, die wir am Anfang auf die Website stellen. Immer ein Top-Thema, was die Leute auf eurer Website als erstes sehen. Montags die Wochentermine, Dienstags vielleicht ein aktuelles Spendenprojekt, Mittwochs vielleicht ein kurzes Midweek-Video, wo man Fragen aus dem Gottesdienst aufgreifen kann oder Fragen, die im Gemeindeleben dran sind. Auch da wieder, die Pfarrperson spricht zwei Minuten in die Kamera, vielleicht als kurzes Interview oder als kurzer Monolog, einfach um ein Thema noch mal zu setzen, den Leuten einen kurzen Inhalt zum Gemeindeleben zu geben. Auch da könnte man vielleicht ein Share-World draus machen, für Facebook, für Instagram. Eine Story vielleicht als Umfrage, wo man direkt sagt, hier hast du was gesehen, was denkt ihr denn dazu? Und die Leute können Feedback geben dazu. Donnerstag könnte man zum Beispiel sagen, wir stellen einen Dienstbereich vor oder eine Gemeindegruppe. Sei es die Comfy-Gruppe, sei es das Blumenschmuck-Team, was den Gottesdienstraum schön macht, den Küster oder irgendjemanden, die gute Seele, die immer in eurem Gemeindeleben aktiv ist. Man könnte sagen, wir haben Gebetsanliegen. Vielleicht habt ihr einen Gebetskreis, der sagt, schickt uns Gebetsanliegen, dann beten wir für euch. Auch das kann man über Social Media teilen, kann man auf die Website packen. Oder man könnte in einer Story über Instagram Gebetsanliegen sammeln. Die Online-Kirche macht gute Erfahrungen damit, digital nach Gebetsanliegen zu fragen. Wenn ihr Leute habt, die das Beten auf dem Herzen haben, macht das. Wenn ihr sagt, ihr habt Leute, die wollen die Bibel lesen, zum Beispiel online oder auch als physisches Event, wenn das wieder möglich ist, dann könnt ihr auch da sagen, ihr postet das auf die Website, damit Leute, die angesprochen sind, davon angesprochen sind. Also das wäre eine Möglichkeit, die Woche sehr schnell und einfach mit Dingen, die ihr ohnehin tut, zu füllen. Und zu überlegen, wie kann ich Website, Facebook, Instagram, YouTube, Newsletter als Medien ernst nehmen. Natürlich ergänzend dazu dann auch noch zu sagen, was gehört zwei Monate vorher in den Gemeindebrief. Zwei Monate vorher, weil der Brauch hier eine Zeit, bis er gedruckt ist, bis er bei den Leuten ist, dass die rechtzeitig die Informationen haben. Da muss man wirklich langfristig denken. Was gehört in den EKM-Terminkalender, damit auch Leute außerhalb eurer Gemeinde davon mitbekommen. Was gehört in den Schaukasten, damit die Leute, die am Gemeindehaus vorbeigehen, das auch mitkriegen. Das könnte man hier jetzt noch ergänzen, um zu überlegen, wo wollt ihr als Gemeinde Informationen weitergeben. Und inhaltlich, tragt euch das ein, was für euch relevant und wichtig ist. Soweit also mein Beispiel. Wie könnte ein Redaktionsplan ausschauen? Und jetzt habt ihr ein Excel-Dokument bekommen. Darüber bricht lauert. Willkommen zum Praxisteil, würde ich sagen. Wir hier quasi, also ihr im Zoom, und wir hier sind ein Team. Für alle, die draußen das jetzt irgendwie noch nachgucken, zeitversetzt gucken, ihr dürft gerne mit Hilfe der Excel-Tabelle, mit diesem Lehrstück, dem Template, auch das Zuhause einmal ausprobieren. Mit eurem eigenen Anliegen, mit eurem Projekt, mit eurem Kirchenkreis, eurer Kirchgemeinde, zu überlegen, okay, was wollen wir? Wer sind wir? Was ist das Projekt? Wer ist die Zielgruppe? Was brauche ich dementsprechend für ein Tool? Also gehe ich auf Facebook, gehe ich auf Instagram? Brauche ich irgendwas ganz anderes? Und dann mit Hilfe des Templates, so einen Redaktionsplan zu beschreiben. Und an der Stelle verabschieden wir uns von allen, die da durch die Kamera draußen zugucken, und gehen sozusagen in unseren Inner Circle. Ich bin der